Wir sehen. Hier, bitte. Tausend Dank nochmal. Nimm schon. Das ist die versprochene Belohnung. Die gesammelten Prüfungsfragen mitsamt deren Antworten. Oh ja, danke. Das ist für uns beide ein gutes Geschäft gewesen, oder? An der Hand wäscht die andere, sagt man da. Schön, dass wir beide so gut miteinander klargekommen sind. Es war mir eine Freude, muss ich sagen.